Schlechte Neuigkeiten – diese enttäuschende Nachricht hat Patricia Kelly für ihre Fans. Auf Instagram gibt die Sängerin nämlich bekannt, dass ihre Unbreakable-Tour 2023 nicht stattfinden wird. Letztendlich waren die Kosten in der aktuellen wirtschaftlichen Situation zu hoch und die Ticketverkäufe zu niedrig. In ihrer Instagram-Story schreibt sie diesbezüglich, Aber etwas Hoffnung dürfen ihre Fans noch haben. Vollends gecancelt ist die Tour noch nicht, denn Dennoch entschuldigt sich Kelly bei ihren Fans. Mir ist bewusst, dass mit der Verschiebung viel Enttäuschung für euch verbunden ist. Ihr habt geplant und euch auf die Konzerte gefreut, eure Reisen geplant und wahrscheinlich dafür auch bereits Geld ausgegeben. Das tut mir unsagbar leid.